Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Opening machen. Ich habe mir nämlich wieder ein paar Paragon Kisten hier zusammen gefarmt und ja, wir wollen wieder sechs Stück aufmachen. Und dazu würde ich sagen, starten wir wieder mit der von den Eid gebundenen, denn da habe ich schon nochmal eine auf Vorrat. Wenn wir jetzt mal hier reingucken wollen, hier seht ihr, da bin ich schon wieder, ja quasi habe ich eine auf Vorrat und schon wieder die dritte Kiste auch noch am Farmen. Und dementsprechend müssen wir die so ein bisschen priorisieren, weil sonst, ja, cap ich den Ruf und bekomme nichts mehr. Also fangen wir mit der Eid gebundenen Kiste an und schauen, ob wir was rauskriegen. Ja, ihr seht schon, ich habe Gold, Kriegsressourcen und Dienstsiegel rausgekriegt. Ist aber nicht so wild, weil ich das Toy tatsächlich da schon einmal bekommen habe. Warte, jetzt können wir die Kiste hier runterziehen. Die werden wir uns sparen für das nächste Opening. Ich mache hier immer nur sechs oder immerhin sechs Kisten auf, weil ich damit am Anfang angefangen hatte. Dann schauen wir mal bei den Tortolanern. Oh, ich habe das Rezept gekriegt. Nice. Kann ich das lernen? Ah. Warte mal, ist das das Ding-Rezept hier? Genau. Für diese Blutwurst. Da kriegst du 85 Stats. Das ist als Tank zum Beispiel auch gar nicht, gar nicht schlecht. Die ist, glaube ich, relativ gut, wenn wir es jetzt mit dem anderen. Was kriegst du hier? Gut, da hast du 100. Naja. Gut, besser ist nix. Aber jetzt habe ich zumindest das Rezept bei den Tortolanern schon. Also da haben wir schon mal einen Haken unterm Drop. Ich habe ja von den Eid gebundenen auch schon das Toy gekriegt. Also da habe ich quasi zwei Special Items. So, ah, das Pet, das ich mir heute im Auktionshaus gekauft habe. Aber ich habe nur 7k gezahlt für. Von dem her ist es vollkommen in Ordnung. Das Pet habe ich mir, genau heute habe ich mir das gekauft. Na wunderbar, jetzt habe ich es zweimal. Gut, okay. Dann Eid gebundenen. Da habe ich es schon. Da kam jetzt nichts raus. Dann Champions von Azeroth. Hier wird es wichtig. Nice, das Toy ist drin. Ja, das habe ich gebraucht. Okay, das schauen wir uns dann gleich an. Perfekt. Und dann die Voldum-Vorräte. Schade, da war nichts drin. Aber ich habe zwei Items gekriegt. Ne, drei sogar. Das Pet, ein Pet, ein Rezept und ein Toy. Das war eine gute Ausbeute, tatsächlich. Das war eine richtig gute Ausbeute. So, dann guck... Ja, danke dir. Dann gucken wir mal an, was es kann. Benutzt vorher ein instabiles Azerid-Geschoss in den Himmel und zündet ein spektakuläres Feuerwerk. Darf ich es noch rausbringen? Spektakuläres Feuerwerk. Also, Azerid-Geschoss in den Himmel, richtig? Feuerwerk, ja. Spektakulär, nein. Aber, naja. Es war besser als nix, ja. Hat zehn Minuten Abklingzeit. Aber ist wieder ein Toymeer. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht. Ich müsste mal dann nochmal nachgucken, wie es aussieht. Mit den Items. Ob ich jetzt nur irgendwas bei dem Dings brauche hier. Ich hab das, nee, ich hab's jetzt gerade nicht offen. Okay, egal. Muss ich dann demnächst mal nachschauen. Vielleicht brauche ich jetzt die, ähm, die Fraktion gar nicht mehr, wenn ich das Toy hab, ne? Na, muss ich mal gucken. So, gut. Ich hab ordentlich was rausgezogen. Ich hoffe für euch, dass ihr ähnlich erfolgreich seid bei den Kisten. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, das war's mit einem kleinen Opening. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.